Wo sehen Sie denn so das Potenzial für die Zukunft? Unsere Ausrichtung für die Zukunft ist, uns auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren. Das heißt, wir haben sehr stark in Forschung und Entwicklung investiert. Auch das zeigt sich hier auf dem Stand in neuen Maschinen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch einen großen Teil unserer Kunden oder einen wichtigen Teil unserer Kunden ansprechen, nämlich den Handelsbereich mit neuen, kreativen, innovativen Werkzeugen, die wir auch hier darstellen. Gut, dann danke ich Ihnen erstmal. Ich gucke mir noch Ihre Maschinen an. Gerne.